Ja, jetzt, der muss doch reingehen jetzt. Komm, komm, komm. Yo, was geht mit dem Freund? Ich bin's wieder Europlace. Es ist stürmisches Wetter, aber es ist Fußballzeit. Es geht ins Stadion. Ich bin ein bisschen spät dran. Ich hoffe, ihr hört mich überhaupt. Es geht los, heute müssen drei Punkte rein. Heim, Spiel. Ich freue mich. Wenn ihr euch fragt, wie der Sommer in Berlin ist, es regnet. Es ist warm, aber es regnet. Nervig. Habt im Stadion. So, wir sind jetzt am Stadion. Da ist es. Jetzt geht's los. Let's go. So, heute sind wir mal richtig schön direkt auf Höhe. Geile View. Es ist natürlich ein bisschen leerer, das war letztes Mal. Die rein lernen sich. Da sind auch echt viele, viele Dings dabei. Viele Kräuterfeld-Fans. Die sind gut dabei heute. Da kommen die Ultras. Mal sehen, was die für Stimmung machen heute. Heute müssen wir siegen, Leute. Wir sind letztendlich, wir wissen das. Anschluss. Wir tippen nicht. Es läuft. Jetzt geht's los. Angriff, Angriff, Angriff. Siegen. Nur drei Punkte zählen. Reze, mach den Lauf. Reze. Komm, Reze. Jetzt. Jetzt, bitte. Ah, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ihr habt das Tor nicht gesehen. Aber wir haben es. Ja. Scheiße. Das war ein Torwart-Mäler. Ach, du Scheiße. Ja, endlich. Endlich. Ja, er hat ihn. Er hat ihn einfach. Oh, was ist das denn? Wo rennen die denn hin? Wir haben immer noch den Ball. Schieß doch. Ja, 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 ja. Ja, Mann. Ja, ja. Wir haben es endlich. Endlich. Geht's los hier. Lauf doch. Ja, genau so. Genau das. Jetzt. Mach ihn. Mach ihn. Bitte. Oh, nein. Jetzt kein Faxi. Keine Faxi. Keine Faxi. Nein, 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 nein. Ah, vorhin dann, ey. Vorhin dann. Schau. Wiederschauen und reingehauen. So, Leute. Boah, die Wurst sieht sehr geil aus. Spiel sehr gut. Sehr gut. Weitermachen. Weitermachen. Sehr geil. Sehr geiles Spiel. Ich freue mich. In der Halbzeit. Gieß mal jetzt erstmal die Wurst. Mal sehen, funktioniert's. Jetzt geht's weiter, Leute. Schlimmisch. Ja, boah. Jetzt kommt Weitermachen direkt. Ah, oh, hey. Er hat der BSC. Ja, ja. Jetzt, der Wurst noch reingehen jetzt. Komm, komm, komm. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja Auf geht's www.funtertein.de Route für Trainer, für Trainer! Komm mal den Trainer herunterschicken, Komm mal den Trainer herunterschicken, Aber Piss nicht, Oh nein 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 nein! Oh nein, nein nein nein! Ooooooooh, Parade, doch was für eine. Aber das ist so ein Torwart, Mensch savoir, geil. Fürth ist gerade gut am Pressen. Wir haben noch 30 Minuten auf der Uhr. Wir freuen uns erst, wenn das Spiel wirklich vorbei ist. Komm schon, komm schon! Was macht der, was macht der? Zu lange, zu lange! Zählt, zählt! Ja man! So einfach kann das auch einfach gehen! 4-0! Bam, Digga! Bam! Bam! Das Tor-Sieg und wir sind dabei! Blau, weiße, hört da nur du! Ja! Lauf! 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 Lauf, Marie! Ja! Scheisspunt! Ja! Jaaaaaaaa! Jaaaaaaaaaa! Jaaaa! Jaaa! Der Punt! Jaaa! So wichtig! Abs! Doppeltpack, Kavakovich! So stark! Der hat das erste gemacht, aber jetzt macht der auch noch Sachen! Da passiert ja gar nichts mehr! Das ist ja kein Support mehr, das ist schon fast ruhig. Apfel, Apfel! Ja, super, super Spiel, super Spiel. Willkommen in der Mannschaft. Die Kämpfe haben sie für uns. So, Spiel war gut. 5-0. Nehmen wir mit. Aber es sind noch viele Spiele vor uns. Für den Aufstieg fehlt da noch ein bisschen was. Aber es sah schon mal gut aus. Lasst ein Like und ein Abo da.